So Leute, jetzt sind wir wieder hier bei Vigasith mit Fire Emblem, Rage Endor, mit Nia, Sefi und Yutis. Sehen wir ein ins Finale. Endlich. Der Schwarze Ritter beschützt Micaiah vor Yaroths feige Attacke. Micaiah jedoch spürt, dass Yaroth seinen Trumpf noch nicht ausgespielt hat. Um die Ergreifung Micaiahs betrogen, verwirft Yaroth sämtliche Absichten zu Verhandlung oder Rückzug. Stattdessen sind er auf Rache. Er ermordet einen Gesandten seiner Heimat Benion und gewinnt die Kontrolle über Burg da ein zurück. Aus der Burg heraus startet er mit Schleugern, ein massives Bombardement und zerstört so fast die gesamte Festungsstadt. Der einstweilige Frieden, der mit Benions Gesandtem eingetroffen war, wird zusammen mit Nevassas Mauern zerschmettert. Seine Bewohner müssen dabei zusehen, wie ihre Familien und Güter im Steinhagel untergehen. Dieser Verrat ist zu viel für sie. Ihr Leid verwandelt sich in ungezähmte Wut. Micaiah und ihre Begleiter haben in den nahegelegenen Hügeln ihr Lager aufgeschlagen. Als der Angriff beginnt, verschlägt seine Brutalität der Gruppe die Sprache. Finale! Erhebe dich da an! Nevassas hat die Hauptstadt A1. Ich klingt, als würde da nie Wasser sein. Benion greift Nevassas an! Nein! Dort leben meine Eltern! Sie sind zu alt und zu schwach, um sie zu verteidigen! Meine Frau und Kinder sind dort! Alles wegen diesem herzlosen Jarod! Er lässt uns bis zu unserem Ende leiden! Oh mein Gott! Prinz Pelias, wir müssen etwas tun! Wir müssen Nevassas befreien und seine Bewohner vor diesem brutalen Angriff schützen! Hat eurer Wahnsinn denn nie ein Ende? Der Trupp der Ruhe, riesen und das Fass hier! So nah am Sieg sollten wir nicht überstürzt handeln! Izuka, da sterben Menschen! Und Nevassas hat schon wirklich genug gelitten! Du erwartest doch nicht, dass wir uns zurückliehen und dem Angriff einfach nur zusehen? Wenn ihr nicht helfen wollt, gehen wir eben allein! Das wäre nicht das erste Mal! Warte! Wohin geht ihr? Äh, wo geht ihr hin? Ihr könnt doch nicht mit den Laguts einem Plan nachgehen, der eure Spatzenhörner ersonnen haben! Können wir nicht! Natürlich nicht, du unbedachtestes, wirst unbedachtes Wesen! Du bist sowieso viel zu impositiv und du handelst ohne Zustimmung des Prinzen, nicht auf Pflanzen lesen! Dies du, ich merke nicht, was hier vorgeht! Du hast das Volk dahin dazu gebracht, deinen Namen zu lieben und zu erhören! Deine Namen allein! Oh, das ist nur ein Ausrufzeichen! Selbst unsere Soldaten überhäufen dich mit Lobpreisungen! Da bleibt kein bisschen Lob für unseren treuen Prinz, ey! Oh. Ha, der Prinz! Selbst ein Stück Straßendriff ist artiger als dieser schmierige Augenbischof! Wisst ihr, wessen ganz das ganze Volk tatsächlich in seinem Bank zieht, wie das Licht die Motten? Euer Priester nimmt! Und ich werde euch dem Volk rauben und da eins Hoffnung im Offerrettung so endgültig auslöschen! Also, und selbst wenn seine rechtmäßiger Herrscher gegründet wird, wartet das Volk immer noch auf die Zustimmung der Priester des Silberlichts! Wenn wir nicht aufpassen sollen, wollen irgendwelche berechneten Intriganten vielleicht lieber eine Priesterin auf dem Thron als kein König, äh und kein König. Dies wird das Land wieder in zwei reißen und das nur wegen deiner hochmütigen missachtenden Befehle unseres geliebten Prinz! Isuka, bitte! Danke! Wo ich gerade darüber nachdenke, vielleicht hat unsere kostbare Priesterin hier das alles ja schon lange geplant! So, äh, sie hilft so selbstlos unserem Prinzen, aber in Wahrheit will sie die Krone übertrumpeln, äh, schumpeln, schumpeln, egal! Haltet eure Zunge im Zaun, ihr Wurm, oder mein Dolch wird das für euch erledigen! Ich sehe hier nur einen Machthungrigen, nämlich euch! Das reicht! Isuka, Mikaya verdient es nicht, von euch so angegriffen zu werden! Sie ist nobel und rein, ich hingegen bin ungeeignet als König! Hat dieses Weibsbild nun auch eurem Verstand vergiftet, mein Prinz? Seit wir uns trafen, hat Mikaya an der Spitze unserer Truppen jede Schlacht mit uns geschlagen! Ich aber trat nichts dergleichen! Ich kann mein Volk nicht verteidigen! Natürlich sammelt es sich da um sie! Es sieht sie in jedem Kampf und schenkt ihr seinen Respekt! Demzufolge müssen wir am jetzigen Zustand etwas ändern! Isuka hat Recht, wenn er sich um meinen Ruf in der Bevölkerung sorgt! Ich muss den Respekt meines Volkes erst verdienen! Nein, deswegen muss ich handeln! Wo kommt der Arena denn hin? Oh, ist das eine schöne Packe! Soldaten der Armee der Befreiheit, befolgt mein... Nein, hört auf meine Worte! Ich bin Pelleas, Prinz von da ein! Ja, wir wissen, wer ihr seid, mein Lord! Wir haben es mittlerweile verstanden! Und so... So... Text! Ist alles in Ordnung mit ihm? Prinz! Oh, du stehst da! Sorry, doch! Kriege ich mir jetzt Text? Nein, scheinbar nicht! Ich stopfe nur mit meinem Zahnstocher in den Boden rein! Und so... Und daher meine geliebten Freunde, Treue Kameraden, liegt nun die Hauptstadt in greifbarer Nähe! Und auch wenn wir nicht handeln, wenn wir uns zurückziehen, so sind wir... So... Ach Gott, Leute! Das ist doch nicht so leicht, ne? Nein! So sind doch wir es, die als stolze Sieger aus diesem Krieg hervorgehen werden! Und dann wird wieder unser sein! Doch wenn wir uns dazu entschließen, diese Stadt im Kampf zu befreien, So könnte dies den Zorn Benyons beschwören! So würde da ins Freuen drehen, schnell die Tränen der Trauer! Doch während ich noch diese Worte an euch richte, wächst das Leid Nebassas weiter! Unsere Brüder leiden, unsere Schwestern sterben und ich... Ich bin schwul! Ich werde nicht meine Augen von dieser Tragödie abwenden und sie ignorieren! Niemand kann das am wenigsten! Ein Prinz! Ich kann meine Augen nicht vor dem Leiden meines Volkes verschließen! Und so bitte ich euch! Ich bitte euch alle! Bitte helft mir! Nö, kein Bock! Nö, ausnahmsweise! Ich hab Urlaub! Ich mach mal! Hatschi! Ich mach Pudding! Lang lebe der Prinz! Lang lebe Prinz Pelleas! Lang lebe der Prinz! Es wird Zeit, unser Land zu retten! Juhuuu! Aber ich hab heute gar kein Prinz! Unser Prinz ist ja treu! Äh... Oh, ich geh da mal wieder, ne? Ich muss, ich muss pinkeln, dass du uns ein Mist aus dem Wasser hast! Naja, wir haben Blacky, ich pinkeln! Pfff! Lady Micaiah, ich störe euch nur ungern bei euren Kampfvorbereitungen, aber dürfte ich eure Zeit kurz in Anspruch nehmen? Nein! Aber natürlich, womit kann ich euch helfen? Wenn ich mich richtig erinnere, dann verwendet ihr immer diese magischen Bücher im Kampf, oder? Ja, das stimmt! Oh, ich bin so froh, dass ich mich daran erinnere! Ist das so schwer! Dann bitte nehmt es! Das ist für mich ganz sicher! Es ist ein Zeichen der Anerkennung dafür, dass ihr mich und Madanoro in eure Armee aufgenommen habt! Wir sind froh, dass wir euch, äh, dass wir euch haben! Vielen Dank! Das Buch wird uns weiterhelfen! Die Ansprache von Pelleas gibt mir und die Gewissheit, dass da ein Neuer stehen wird! Es wird noch ein lang... Warte! Es wird... Noch ein... Noch ein... Es wird ein... Es wird ein noch schöneres Land als je zuvor, in dem Einigkeit zwischen allen herrscht! Das glaube ich auch! Gut, dass ich mal diesen schweren Text... Ach, scheiße, ich hätte es in der Fallen Zeit! Bis jetzt sind uns so viele Dinge zugestoßen, aber ich bin froh, dass wir es so weit geschafft haben! Ich fühle mich glücklich! Und stolz! Mir geht es genauso! Und ich bin sicher, dass auch die Soldaten der Armee der Freiheit zu empfinden! Bald wird da ein Frei sein! Hey, die Mikaya! Ihr müsst uns zu diesem Sieg führen! Das werde ich! Zusammen werden wir siegen! Blablabla! Ja! Aber welchen hat noch was für uns? Wo hast du das her? Wuff, wuff, wuffli, wuff! Hast du einen Ruin in der Wüste? Oh, du hast es mitgenommen, als wir dort waren, oder? Wuff, wuff! Nein? Aber wie, wie dann? Wann? Ich bin doch mal hingelaufen und hab's geholt! Was, es ist für mich? Natürlich ist es für dich! Warte, ist er wieder in die Wüste gewesen, nur um das zu holen? Sag ich doch! Mensch, kannst kein Serenis! Ich meine, kein Galdruch! Kein Galdrisch! Galdrisch! Wir haben wieder so viele Leute! Das ist so schön! Ich will Blackie supporten! Ja, da würde sogar sogar so was episches rauskommen, weil Blackie nicht sein wird! Ohhhh! Meiner Meinung nach die zweitbeste Affinität im ganzen Spiel! Habe ich erwähnt, dass Erde die beste ist? Äh, zumindest wir! Wow! Könnt ihr wieder supporten? Ne, das wäre zu schön gewesen! Oh, es ist schade, dass man irgendeine Fähigkeiten verschieben kann! Erst seid ihr komplett gelockt! Was sind wir überhaupt? Ach, das bräuchte jetzt wirklich nicht mehr zu tun! Wobei... Ähm... Ja... Hm... Ah, ja! Da war ja was! Wahrscheinlich Tauri nur noch mal was? Er hatte! Ach so, das hatten wir schon! Ja, das war Kühnheit! Das hat Sierk doch schon! Ach so! Damit hat Sierk sich doch schon angefreundet! Ja, ich war mir nicht mehr sicher! Ich meine nur, dass ich dich da einmal daran erinnern muss, dass irgendwas zu machen, um dann und dass sowas von denen da gibt. Ach, guck mal, wie schön viel Bonus-IP wir haben, das ist ja Wetterlieb! Ja, weil diese schwierigen Kapitular vor... Ich möchte wohl noch ein paar IP geben, ein Level zu machen, um dann... Warte, holst du mal ein Level ab? Das ist jetzt dein erstes! Ich wollte grad sagen... Wie levelst du denn? 2 Level... Pulser! Ich war mir nicht so sicher! Aran kriegt noch ein paar IP... Ich kann es ja Laura ein paar geben, vielleicht bleibt sie dann auch... Ach stimmt, ich hatte mir sowieso überlegt, dass ich ähm... Sieh, da ist ein IP... Ich geb ihn jetzt auf 3,2, dann geb ich einfach ein Meistersiegel! Ja? Ich hatte mir nur ihre Maximalwert wieder angeguckt... Achso, ich dachte schon... Und mich da... Ich war erfreut! Ich war grad so so... Na? Na? Kassiert was? Hast du was abgekippt? Das ist alles falsch! Neue Klasse! Yeah, ich komme in die zweite Klasse, aber dann bist du so alt! Achso, jetzt bekommen wir Mikael 2.0! Also so ungefähr so von mir... Ich mag den Steif! Ich bin sowieso so für ne... Für ne Heile und so für das Outfit! Ich weiß, den Drang irgendwie irgendeine Roben gedöhnt! Jo! Ich bin nämlich 3,2,2,1... Oh! Stopp! Ne, warum hab ich mein Maul ausgegriffen? Das ist doch auch ne Robe! Boah! Boah! Äh, schon eine Stärke! Boah! Vor allem, dass irgendein Level-Up-Plus-3 kommt... Ich hab jetzt eher auch mal hinzutiefst, dass da... Nachher ist mein... ähm... Taschenmarie? Ja, sie kann jetzt hier... Blitz? Blitz? Lichtmagie! Ich wollte hier einen Blitz kaufen! Ne, das ist doch von Mikael! Das braucht sie doch eh nicht! Ja stimmt! Nein, ich will die Basel nicht vergessen! Bin ich denn das mal! Mikael hat sich schon wieder mit Schätzen angereichert! Ja, irgendwas Blitz... äh, ist auch schon fast neu! Fast wie neu! Fast wie neu! Man hat mich nur fast! Aber... immerhin! So! 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 Ja, man kann hier auch die... die Schäber ausfüsten! Tja! Das war ein Waffen-Arsenal, das Zau... 100 Zau... das Größen! Echt! So! Wir haben immer noch Bonus-IP, die wir vergeben können! Äh, wann haben wir denn dann noch? Bisschen... Na gut! Kannst du ja mit Edward gehen? Schlecher! Da haben wir kein Meister-Siegel mehr! Natürlich gibt's zwei Level-Game und dann das Meister-Siegel! Oder sonst? Wenn's kriegen wir! Es gibt immer ein paar Eiffel! Wow! So! Wow! So! Kann man hier noch was kaufen, was wir brauchen? Ja, das ist auch ganz toll, dass man das hier kaufen kann! Traumwort hört nächstes Kapitel... hört nach dem Kapitel ab! Ach so! Ja, finde ich auch! Das kauf ich schon mal in weiser Voraussicht! Denk ist ja fix! Ja! Ich habe ja schon mit der Zukunft sehr viel darüber geredet, wie wir das... Ja! Oh, sie hat auch noch einen Windspektor! Oh nein! Er hat ja gar keine Waffe! Nein, er hat hier nur so wenig! Gut, dass sie so billig ist! Nee, sie ist nicht billig, sie ist preiswert! Ja! So, jetzt hat er noch einen Schwimmer! So, jetzt hat er aber genug! Ja! So, die Engelsruhe gebe ich von Fjell! Die will ich nämlich, wie Mikael aufgestiegen ist, ihr geben! Weil das maximal die Cap für die Kapitel ist beim Lichtmagier bei 34! Ah! Da ist 1 Punkt verschöpft! Es gibt 7! Es gibt 7 für das Ding? Ja! Das heißt nicht, früher 5? Nein! Das war doch nicht über 7! Es war schon 7! Echt? Ich dachte nur, es waren 5! Es ist nur in Awakening! Ja, aber da sind es die! Und dann lassen sie sie wieder aufsteigen und dann kriegt sie noch die KP für den Promotion-Bonges auf die KP und dann können sie dann noch die Engelsruhe in Empfang nehmen! Ich geb sie Blackie, der hat ja so wenig KP! Ist ja nicht so das was! Oh, ich nehm mich schon mal die Items-Lock! Ich, nicht deinen Zahn! Ich weiß nicht, die Zähne haben! Wenn er noch viel Spaß macht vor mir gehört! So, das sieht toll aus! Wobei ich bin mal so frei! Ich hab für noch eine Bronze-Lanze! Haben wir noch gar nichts! Hast du noch ein Depp, der das hat? Nein! Ach das! Ich hab nur einen... Du kannst die alte Eisen-Lanze von Aran trinken! Da hat er schon mal Stahl und so! Ja, Blackie kann auch mit Danzen kämpfen! Ja, er kann glaube ich sogar bei... Ein S drauf! Er kann bei beiden ein S plus haben! Nö, wo kriegt er das andere? Achso! Ja gut! Ok, verstanden! Nö, was wohl! Ich würd grad sagen, wo kriegt er denn das plus her? Aber jetzt weiß ich was denn alles ist! So, da brauchen wir hier noch irgendwas! Das sieht nicht so aus! Mir fällt zumindest spontan nichts ein! Mir auch nicht! Speichere ich jetzt nochmal! Ich würd sagen, dann beenden wir den Part! Jo! Um dann im nächsten Part ins Finale einzusteigen! Und ich hoffe ihr begleitet uns dann! Wenn wir daheim zu neuen Ruhm führen! Also bis dann und auf Wiedersehen! Tschüss!